Hallihallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge 436 mit Franka Cerruti. Falls du dich jetzt fragst, wer ist das, dann freue ich mich drauf, weil ich mir relativ sicher bin, dass Franka dein Leben verändern wird. Meines hat sie nämlich verändert mit ihrem wunderbaren, sensationellen Podcast Psychologie to go. Sie redet über verschiedene Fälle aus ihrer Tätigkeit als Psychologin, als behandelnde Psychotherapeutin und ich habe auf eine Art mir eine Stunde gebucht heute und habe gesagt, du bist jetzt meine Therapeutin. Ich habe da ein, zwei Sachen, die ich besprechen will mit dir und entstanden ist wahrscheinlich eine der inhaltsvollsten AWFNR-Folgen, die ich zumindest je gemacht habe. Und ich bin durchaus stolz drauf, dass wir hier auch mal andere Sachen besprechen können bei AWFNR und auch mal ein bisschen, ja, vielleicht helfender in verschiedenen Lebenssituationen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute auf die nächste Stunde und kann nur noch so viel sagen. Es gibt ein Newsletter von mir. Jeden Freitagabend erzähle ich, was so los ist in meinem Leben und was ich so erlebt habe, weil in dieser Folge zum Beispiel ist es auch jetzt wieder so, da erzähle ich jetzt nicht, wie ich besoffen um die Ecke gefallen bin und mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren bin oder sowas. Es geht um Ideologie und um mein gesamtes Leben eher so ein bisschen. Wenn dich aber das Erste ein bisschen mehr interessiert, dann solltest du Post von Paul abonnieren, postfon.paulribke.com. Da schwall ich jeden Samstagmorgen nach deutscher Zeit dich voll, was ich gerade so erlebt habe. Und da gibt es ein Name-Dropping von dem Who is Who der Hollywood-Parkies. Mit wem war Drake da? Was war mit der Hochzeit von Kylie? Und was hat sonst irgendjemand Will Smith? Wie war es beim Guru in Indien? Das alles gibt es bei Post von Paul und heute nicht bei AWFNR. Deswegen lege ich dir das sehr ans Herz, dass du dich da auch abonnierst bei dem Newsletter. Den gibt es auch in Audioform. Also es ist nicht nur geschrieben, sondern auch in Audioform schwall ich da in das Mikro rein. Und jetzt viel Spaß mit AWFNR 436 mit Franka von Psychologie2Go. Paul, 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 A, D, S, L, R, 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 R. Hallo Franka, schön, dass du ans Telefon gegangen bist. Ja, hallo Paul, ich freue mich, dass du mich angerufen hast. Was ein Zufall. Und dann drücken wir auch noch auf Aufnahmen. Das ist ganz, ganz, ganz großartig, was hier alles passiert. Also ich möchte das Gespräch erstmal mit einem Kompliment eröffnen. Ich bin richtiger Die-Hard-Fan von deinem, vielleicht auch eurem Podcast. Würdest du es eigentlich als deinen Podcast bezeichnen oder ist es auch eurer Podcast? Weil auch dein Mann spielt tatsächlich echt eine ziemlich coole Rolle da drin. Ist es dein Podcast oder ist es euer Podcast? Erste Frage. Ich sage mal so, seit drei Jahren war das mein Podcast. Ich freue mich aber tatsächlich unglaublich, dass mein Mann Christian langsam immer häufiger mitmacht und auch immer mehr Bock dran hat. Ich musste dem am Anfang ganz schön überzeugen und bearbeiten, aber inzwischen macht es eben Spaß und jetzt könnte man glaube ich sagen, es ist ein bisschen unser Podcast. Ja, aber ich bin wirklicher Fan davon geworden, vor allem weil ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch mein Vater war Gesprächspsychologe und Allgemeinarzt. Ich habe da einen Hang zu, ich habe auch einen Hang zu so Fallbeispielen. Also ich finde das total faszinierend. Ich finde deinen Beruf auch faszinierend, muss ich sagen, als Psychotherapeutin. Das ist eine meiner engsten Freunde, also eine weibliche Freundin von früher tut es in Heidelberg und mit der unterhalte ich mich auch immer ganz fasziniert über einzelne Fälle, weil ich das sensationell finde, den Beruf, den du ausübst und die Hilfe und den Einfluss, den ihr Psychotherapeuten auf eure Patienten habt und die Verbesserung. Also das finde ich ganz, ganz, ganz faszinierend und ganz großartig. Und was dir gelingt in diesem Podcast, den ich ja auch wirklich all meinen Hörern jetzt herzlichst schon ans Ohr gelegt habe oder empfohlen habe, ist, dass du ja tatsächlich zum Nachdenken anregst und natürlich jeder bei sich das überlegt, wie ist das bei mir, wie ist das da? Und diese ganzen Fallbeispiele, wo du auch dann Fragebogen durchgehst, ist das ja, nein, da bin ich bei null Punkten, hervorragend, ich bin überhaupt gar nicht abhängig. Und das ist wirklich faszinierend und ganz, ganz großartig und das macht vor allem auch mega Spaß, dir zuzuhören, weil du eine großartige Stimme auch hast. Vielen, vielen Dank, dass du das machst. Also wirklich mega, mega, mega geil. Ach Paul, danke. Jetzt werde ich ganz rot, was du nicht siehst am Telefon. Ich danke dir. Und ich habe auch einen Fall mitgebracht, muss ich sagen, weil ich wollte dich gleich mal, weil also auf eine Art, bist du ja jetzt meine Therapeutin oder nicht? Das bin ich immer, ja klar. Ich begegne Menschen auf der Party oder irgendwo beim Bäcker und schwupps bin ich deren Therapeutin, das passiert automatisch. Und behandelst du Freunde? Nee, ne? Nee, nein, nein, nein. Nein, das mache ich nicht. Aber es ist tatsächlich häufig schon so, dass Menschen meinen Beruf erfahren und dann ist es, wie als hätte ich sie angepiekt. Dann erzählen sie mir ihr ganzes Leben. Also schieß mal los, Paul. Also, es geht um ein Inter, ein Wortwort Franker, du. Also, ich schätze dich als einen sehr schlauen, zielgerichteten Entscheider auch ein. Also du wärst auch, glaube ich, zumindest nachdem ich deine ganzen Podcast-Folgen gehört habe, jemand, den ich gerne anrufen würde, wenn ich nicht richtig weiter weiß. Und da bin ich gerade. Also ich habe einen Konflikt, wo ich irgendwie gerade was entscheiden muss oder was auch entscheiden will mit meiner Frau zusammen. Also, es geht um meine älteste Tochter. Also, per se ist es so, die ist 15, die hat vor zwei Jahren mit 13 den großen Wunsch, wir sind umgezogen vor sechs Jahren nach Amerika und dann hat sie irgendwann eine deutsche alte Freundin aus dem alten Freundeskreis in Amerika besucht, alleine. Und das fand sie ganz großartig und seitdem hatte sie den deutlichen Wunsch, auch mal alleine nach Deutschland zu gehen. Und das war ja auch wichtig, dass es nicht mit uns als Eltern ist, sondern dass sie das selbstständig macht und alleine macht. Das fand ich großartig, fand meine Frau auch großartig, fanden wir beide großartig und wollten das unterstützen und haben dann irgendwann einen Flug gebucht. Die war, das war vor zwei Jahren, die war 13 damals und den habe ich gebucht und habe dann aber ihre E-Mail-Adresse angegeben, damit die Buchungsbestätigung dahin geht und habe das bezahlt. Wir haben das bezahlt und ich tendiere dazu immer, ich zu sagen, also ersetze bitte ich mit wir, weil wir tatsächlich sowas immer gemeinsam entscheiden in unserer Ehe. Und dann kam Covid und dann kam so ein bisschen so der erste kleine Konflikt, wo der Flug storniert wurde, dann musste man irgendwie sich darum kümmern, dass man das erstattet bekommt. Also die Reise konnte nicht stattfinden wegen Covid und die ganze Kommunikation lief aber auf ihre E-Mail-Adresse. Und jetzt war sie der Meinung, dass E-Mail-Kommunikation kein Kommunikationsmittel ist, weil die sollen sich gefälligst bei Snapchat melden. Es wurde die Frist verbummelt. Also es wurde, es kam einfach, es ist irgendwo ins Nirwana gegangen. Ich hatte halt ihre Adresse. Ich war so ein bisschen zum ersten Mal so, oh Alter, wenn du allein nach Deutschland fliegen willst, dann musst du auch deine E-Mails lesen und musst dich auch darum kümmern. Ich zahle das, wir zahlen das schon. Ich tendiere wirklich dazu immer, ich zu sagen. Das ist schlimm, ne? Das Erste. Du als meine, da fängst du gleich mal an mit der anderen. Du, ich bewerte das nicht. Hast du schon was aufgeschrieben? Ja klar, ich mache mir hier Notizen. Was denkst du denn? Oh nein, oh Gott, oh Gott. Sag, da warnt ich. Oh Gott, oh Gott. Also wir waren nicht ganz froh darüber, dass sie sich da nicht ausführlich darum gekümmert hat. Und ich habe es aber gelöst gekriegt. Also ich habe bei der Lufthansa angerufen und habe dann ein bisschen Verhandlungsgeschickt, das Geld zurückbekommen. Das war dann da. Dann kam jetzt, wurde sie 15 letztes Jahr im Sommer und hat sich immerhin selbstständig am 15. Geburtstag, hat sie gesagt, achso, ich fange heute übrigens an zu arbeiten. Und wir so, was machst du? Und hat sich selbstständig beworben, hat sich selbstständig alle Unterlagen besorgt, hat über eine Freundin sich einen Job in einem Keks- und Eisladen besorgt, hier, wo wir wohnen, in Amerika. Und hat seitdem da gearbeitet und, also ich sage es, wie es ist, es lohnt sich in einem Keks- und Eisladen zu arbeiten. Das ist, also die hat mehrere tausend Dollar inzwischen auf dem Konto, will immer kein Taschengeld. Also die will selbstständig sein, die will, gibt auch nicht viel Geld aus, auch in Amerika ist jetzt nicht so, das ist ja sehr behütet hier auch alles und die kauft sich mal was, aber ist jetzt, hat viel gespart, vor allem, weil sie gesagt hat, ich möchte im Sommer 2022, wenn es dann wieder sauber geht, alleine nach Deutschland. Und hat auch oft in Kommunikation das Stolz formuliert, ich will mir das selbst erarbeiten, ich bezahle dafür. Das war ihr Ziel. Jetzt kommt natürlich so eine physische, die ist immer noch 15, da kann man nicht alles frei buchen, also nur manche Fluggesellschaften, nur manche Länder, also du kannst nicht über Kanada fliegen zum Beispiel und es ist immer noch betreutes Fliegen, was du halt unter 16 teilweise anders buchen musst. Und jetzt haben wir mehrfach in der letzten Zeit so vor fünf Monaten, vor vier Monaten, vor drei Monaten, vor zwei Monaten immer mal wieder gesagt, kümmere dich bitte drum, wenn du fliegen willst, wir buchen das zusammen, weil allein das Zahlungsmittel, Kreditkarte hat die nicht, also das muss man schon gemeinsam machen. Aber auch da wünschen wir uns, dass du auf uns zukommst. Ich bin verfügbar, meine Frau ist verfügbar, wenn das da ist. Jetzt hast du ja auch Kinder, manchmal verbummelt sich das so und dann ist so was auch immer und jetzt habe ich leider auch noch ein Fallbeispiel. Ich habe im Februar entschieden, mein Team aus Heidelberg rüber zu fliegen, andersrum zwar, aber hin und her, einen Ecoflug für 204 Euro gebucht. Das heißt, du kannst schon am Horizont erkennen, wo die Reise gleich hingeht. Drei Wochen vor der Reise jetzt kam es endlich dazu, ja, jetzt buchen wir diesen Flug. Und surprise, der Flug kostet jetzt 1900 Dollar oder Euro, also so 1800, ultra teuer für einen Ecoflug, weil es halt viel zu kurzfristig ist und das da ist. Zusatzinformation, ich habe mit meiner Frau ausgemacht gehabt, dass wir das toll finden, dass sie das selbst sich erarbeitet hat, aber eigentlich, nachdem sie den Flug gebucht hat, ihr sagen wollen, wir übernehmen den Flug. Finanziell. So, das haben wir aber nicht formuliert. Und jetzt bist du gerade im Zweifel. Genau. Finde ich das wirklich? Was mache ich jetzt und wie sauer kann ich eigentlich sein, dass sich so spät, also sagen wir es mal so, ich wurde sehr sauer und habe gesagt, Alter, drei Wochen davor, sich jetzt erst drum zu kümmern, ist echt nervig. Gleichzeitig ist es aber ja auch ihr Geld. Und sie ist schon so ein bisschen so, was willst du eigentlich von mir? Ich habe ein Jahr lang gearbeitet und ich frage mich dann, wie viel nehme ich ihr auch weg von dem eigenen Erfolg? Und das ist schon auch was, was mich grundlegend sehr beschäftigt. Wie verhalte ich mich als Vater, der ja durchaus ein, zwei Kontakte hat vielleicht zum Beispiel. Also so, ich komme aus der Musik, ich habe viel Musik fotografiert, ich habe viele Alpha-Männer gesehen, die mit ihren Söhnen auf den Materia-Gästelisten aufgetaucht sind. Und finde ich auch, den Kindern so ein bisschen die Chance genommen haben, was selbst zu entdecken und eine eigene Leidenschaft zu entdecken, wenn man so ganz immer da ist und alle Jobs besorgt und alle Bands schon kennt und immer sofort. Also da kann man gar nicht sich sehr, also wenn man sehr viel macht als Vater, und jetzt rutscht es ein bisschen in die Vaterposition, aber erst mal, what would Franka do? Was soll ich hier, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, übernehmen wir das, übernehmen wir das nicht? Ich muss sie die Lektion lernen und was Teures bezahlen, wie formuliere ich das? Was ist der richtige Weg? Weil ich einerseits natürlich das toll finde, dass sie selbstständig arbeitet. Das finde ich wirklich mega, mega cool. Und andererseits mich aber trotzdem darüber ärgere, dass man, sagen wir mal, reden wir mal über 1000 Euro unnötig ausgibt. Ja, verstehe ich total. Also what would Franka do als Mama? Also erst mal muss ich sagen, ich bin total beeindruckt von deiner Tochter, dass die mit 13 Jahren und dann ja eigentlich nur durch Covid gebremst schon solche autarken Ziele hat. Und dass die das so formuliert, dass sie das auch alleine machen möchte. Und daraus schließe ich, dass sie tatsächlich ein sehr selbstständiges Mädchen ist, eine junge Frau. Und dass sie sich auch selbstständig einen Job gesucht hat und all das. Daraus ziehe ich jetzt einfach mal Rückschlüsse, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber offensichtlich ist es ihr ja wichtig, sich selbst und vielleicht auch ein bisschen euch zu zeigen, dass sie das kann und dass sie das auch einfach macht. Und dass sie auch gesagt hat, ich habe mir jetzt einen Job gesucht. Das scheint ja für euch auch eine Überraschung gewesen zu sein. Zeigt mir, dass sie da ja vielleicht auch absichtlich nicht so viel Rücksprache oder Ratschlag von euch sucht. Auch keine Unterstützung und auch nicht möchte, dass du oder deine Frau sie in irgendwelche Jobs reinschiebt. Sondern sie signalisiert ja, ich möchte das alleine und ich kann das auch alleine. Und jetzt habt ihr natürlich viel mehr Lebenserfahrung und ihr wisst, wie das mit Flügen ist und ihr wisst, was pfiffig ist und was die richtigen Zeitfenster sind. Und ihr habt ihr auch eigentlich die entsprechenden Hinweise gegeben. Sie hat es halt trotzdem vercheckt. Und dadurch ist jetzt der Flug scheiße teuer geworden. Aber ganz ehrlich, vor allen Dingen, wenn sie jetzt zu dir sagt, ey, was willst du überhaupt von mir? Ist ja mein Geld. Würde ich mich als Mutter da glaube ich auch ziemlich entspannt zurücklehnen und sagen, ja gut, dann ist das so. Ich glaube schon, dass sie das Learning ja mitnehmen wird. Also ihr wird ja schon kognitiv auch völlig klar sein, dass es ein Unterschied ist, ob du 200 Euro oder 1000 Euro zahlst. Aber jetzt ist es halt so. Und es ist ja tatsächlich ihr Geld. Und deine Frustration und dein Ärger ist nachvollziehbar, weil du ja einfach das wahrscheinlich besser gemacht hättest. Aber die Frage ist ja, was genau ärgert dich eigentlich? Denn streng genommen kann sie mit ihrem Geld ja machen, wie sie lustig ist. Also bist du auch verärgert zum Beispiel, wenn sie sich Klamotten kauft, die du findest, die es nicht wert sind. Oder wenn sie sagt, ich gehe davon jetzt zweimal big shoppen und dann ist es weg, wärst du dann auch verärgert? Nee. Warum? Also da sehe ich es, ich glaube, weil sie machen kann, was sie will mit dem Geld. Und weil sie auch gleichzeitig, ja, ja, nee, du hast natürlich völlig recht. Genau das ist ja der springende Punkt. Ich ziehe ja irgendeine Art von Anspruch daraus, weil ich was entschieden habe davor, was ich nicht mit ihr geteilt habe. Oder wir nicht mit ihr geteilt haben. Also wir haben ja gesagt, wir übernehmen da irgendwas. Das müssen wir entweder formulieren und dann müssen wir uns auch darum kümmern. Oder wenn wir quasi herausfordern, dass sie das selbstständig organisiert, dann muss sie auch selbstständig damit nehmen. Und ich bin auch, also per se tendiere ich auch dazu, was du gerade sagst. Gleichzeitig tut es mir natürlich weh. Also gleichzeitig denke ich mir, jetzt hat sie ein Jahr lang gearbeitet und die Hälfte dafür gibt sie. Also, weißt du, ich denke mir so, ach Mann, das ist doch irgendwie blöd. Ja, verstehe. Aber weißt du, das wird sie wahrscheinlich nie wieder machen. Also man lernt ja tatsächlich am besten aus genau solchen Fehlern, die man einfach auch einmal gemacht hat. Und wahrscheinlich wird sie sich hinterher auch ärgern und beim nächsten Mal total darauf aufpassen oder sehr, sehr rechtzeitig irgendwas buchen. Aber wenn sie schon das so formuliert und sagt, ey, das ist mein Geld und offensichtlich von euch da auch gar keine Kompensation erwartet, dann würde ich das genauso stehen lassen. Ich verstehe allerdings natürlich auch euren Wunsch, sie zu unterstützen. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen Taschengeld dafür überweisen, wenn sie dann dort ist oder so. So fürs Papaherz. Aber ich glaube, ich würde es echt so stehen lassen. Okay. Dann haben wir das ja jetzt schon mal geklärt. Aber ich lasse meine Kinder auch echt immer ganz viel machen tatsächlich, weil ich immer finde, Erdziehen wird oft so verwechselt mit zu viel rumziehen an Kindern. Also ich lasse tatsächlich meine Söhne sehr viel machen, wo ich die Stirn runzel oder denke, oh Mann, das geht aber eigentlich geschickter oder ganz anders oder ich hätte es anders gemacht. Aber well, ab einem gewissen Alter haben die auch das Recht auf so Eigenerfahrungen, finde ich. Insbesondere, wenn sie so autark sind, wie du sie beschreibst. Ja, ist sie auf jeden Fall. Du hast drei Kinder. Ganz cool. Ja, genau. Die sind wie alt? 21, 18 und 13. Oha, okay. Und 21 und 18 sind noch zu Hause oder? Nee, nee, nee. Die beiden sind, ja, die Große studiert und der Mittlere hat gestern seine letzte Abiprüfung gehabt. Die wohnen bei ihrem Vater und der Kleinste wohnt bei mir. Okay, dann hast du ja den Vorsprung, sind sie so geworden, wie du es dir gewünscht hast? Du musst jetzt schon ein bisschen dein Portfolio, also damit ich dir auch, damit ich deiner Entscheidung folgen kann, muss ich jetzt ein paar Punkte. Also, ich sag mal so, nach etwas schwierigen Zwischenphasen, in denen ich sehr an mir als Mutter zweifeln musste und auch an meiner mütterlichen wie auch therapeutischen Kompetenz, wo ich dachte, Nanu, was geht? Wo läuft das denn jetzt lang? Sind meine Kinder ganz, ganz toll. Ja, die sind alle sehr gut geworden. Allerdings bin ich auch, wie soll ich sagen, ergebnisoffener dran gegangen. Ich habe jetzt für meine Kinder keine Pläne gehabt, so wie die müssen jetzt Jura oder Medizin studieren oder BWL Henning werden oder sowas. Nein, so war das nicht. Aber das, was sie jetzt entschieden haben für ihr Leben, finde ich wirklich super. Also, das ist auch unser Ziel, muss ich sagen, dass wir, wir wollen vielleicht, also ich fände es gut, wenn unsere Kinder, wir fänden es gut, wenn unsere Kinder mit 21 oder so das Werkzeug dafür haben, selbstständig zu leben. Also, weil mir das zum Beispiel, und ich glaube, also, du als meine Therapeutin, es ist so, mein Vater ist recht früh gestorben, da war ich 20 und ich habe nicht viel Geld geerbt. Und das hat mir aber sehr gut getan, dass ich quasi nicht auf einen Erbe, und das ist schon was, was mich sehr beschäftigt, weil hier in Amerika einfach nicht so viel altes Geld da ist. Also, so mein Umfeld hier, andere Väter, andere Familien sind sehr auf generational wealth aus. Also, die wollen Geld, so viel Geld erschaffen, dass ihre Kinder nicht mehr arbeiten müssten auf eine Art. Und ich habe das Gefühl, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, das ist eine sehr reiche Stadt, eine sehr gebildete Stadt auch, sehr viele Unileute, mein Vater Arzt und also, er war wirklich auch Gesprächspsychologe und hat dann darüber auch geschrieben. Und meine Mutter ist so sehr in der Mediation verankert, was die du ja bestimmt auch kennen wirst dann, genau. Und die ja auch viele gesprächspsychologische Ansätze hat dort. Und nichtsdestotrotz bin ich dann nach Hamburg gegangen irgendwann und auch in Hamburg, da habe ich Hockey trainiert, Hockey-Kinder trainiert beim Hamburger Polo-Club. Also, da war auch ganz schön viel Geld. Also, ich kenne sehr viele Leute, die durchaus ein großes Erbe im Rücken haben. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die nicht so glücklich damit geworden sind, weil ihre Eltern sich um so viel gekümmert haben, dass sie gar nicht sich selbst entfalten konnten. Und das meine ich jetzt kurzfristig mit der Musik, was ich vorhin gesagt habe. Also, das, und ich bin ein Hip-Hop-Kind. Ich war irgendwie, also meine Eltern, alt 68er, haben das zugelassen, dass ich rebelliert habe. Die haben, wenn ich auf die, auf die Jacke meiner Mutter, die hatte so eine schwarze Jacke, mit der bin ich sprühen gegangen. Und, weil die war eine gute, ja, Tarnung sozusagen. Und dann habe ich aber am nächsten Tag Ärger dafür gekriegt, dass da Lackspuren drauf waren und nicht, dass ich sprühen war. Das Sprühen fanden sie irgendwie ganz cool so. Und so ein bisschen Rebellion fanden sie auch. Die Jacke war halt das Problem. Die Jacke fanden sie nicht so geil. Und per se ist es halt so, dass aber trotzdem ich, glaube ich, die Möglichkeit hatte, auch verschiedene Leidenschaften auszuprobieren und irgendwann was zu finden, in dem ich wirklich aufgehe und mit dem ich bis heute glücklich bin. Also bis heute bin ich am allerglücklichsten, dass ich irgendwie meine Passion gefunden habe, die ich gar nicht so richtig benennen kann. Und die hat was auch mit Familie zu tun, die hat was mit aufregendem Leben zu tun, mit Abwechslung und sowas. Das würde ich als meine Passion bezeichnen. Das liegt aber daran, dass ich eben nicht genau den gleichen Weg beruflich, wie meine Eltern gegangen sind. Und auch daran, dass meine Eltern mir eben nicht die Praktika besorgt haben und über den Lions Club gesagt haben, mach mal das und das. Oder gesagt haben, hey, ich kenne da jemanden. Also so meine Eltern kannten Wolf Biermann. Herzlichen Glückwunsch. Hat mir nicht so viel gebracht als Hip-Hopper. Weißt du, also ich wollte, wie kriegen wir das mit unseren? Genau, diesen Generational Wealth, was du gerade angesprochen hast. Ich sehe das tatsächlich insofern ein bisschen kritisch, als dass die Kinder so jeder Notwendigkeit enthebt, dass sie sich irgendwo hin mal strecken müssen. Dass sie mal irgendwo ein Stretch hinmachen müssen, dass sie mal auf irgendwas warten müssen oder so wie deine Tochter sparen. Oder einfach auch mal so einen Doofmannsjob machen, wie in einer Kartbahn die Reifen wechseln oder so. Weißt du, was ich meine? Sondern wenn Kinder von Anfang an die Erfahrung machen, dass alles um sie herum sehr easy und sehr privilegiert läuft und alles wie von alleine sich ihnen unter die Füße legt, ist das problematisch, überhaupt eine Leidenschaft zu finden und zu entwickeln. Also es gibt einen Forscher, der heißt Mihaly Csikszentmihalyi, der hat dieses sogenannte Flow-Konzept erforscht. Und das so als einen wesentlichen Marker festgelegt, dass Menschen dann glücklich sind oder besonders zufrieden sind im Leben, wenn sie häufig das Flow-Gefühl haben. Und das Flow-Gefühl ist gekennzeichnet dadurch, dass du etwas tust, was dich auf eine angenehme Art und Weise herausfordert und wo du wirklich Zeit und Raum vergisst, weil du so da drin aufgehst, weil es dir so Bock macht. Es muss aber auch gleichzeitig ein bisschen anstrengend sein. Also da ist immer auch so ein kleiner Stretch drin, es muss dich fordern. Und jetzt stelle ich mir so dieses Konzept Generational Wealth vor, meine Kinder müssen nie arbeiten. Okay, ist das wirklich cool? Bedeutet das, dass Kinder, die nicht arbeiten müssen, auf jeden Fall die glücklicheren Kinder sind? Das ziehe ich echt in Zweifel. Voll. Also ich würde es voll widersprechen darauf, weil Tiger Woods hat immer erzählt, dass sein Vater gesagt hat, nur wenn du den Erfolg dir verdient hast, fühlt er sich richtig an. Und wenn du zufällig irgendwas gewinnst, wirst du daran scheitern, weil du es dir nicht verdient hast. Also du musst dir schon durch gewisse, also richtig verdiente Erfolg, viel Arbeit reingesteckt und viel extra Leidenschaft nachts reingesteckt, ist das Schönste, was passieren kann. Also glaube ich, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, also die Highlights in meinem Leben waren alle beruflicher Natur so, dass ich mir wirklich extra viel Arbeit gegeben habe und extra viel Mühe und extra viel Liebe reingesteckt habe. Genau. Und dann damit erfolgreich zu sein, davon zehre ich bis heute. Also dieses Gefühl, das erste Gefühl des Erfolges mit einem Produkt, wo man weiß, da hat man was zu beigetragen. Ja, voll. Und ich glaube, was man halt als Eltern viel wichtiger machen sollte oder kann, als eben die Kinder mit Sorglosigkeit und Reichtum auszustatten, also was so materielle Dinge angeht, ist wirklich ein gutes Modell zu sein. Oder eben das Feld zu bereiten oder die Erlaubnis dazu zu geben. Und aus deiner Familie, ich war ja total begeistert von deiner Oma, von der du mal erzählt hast, was eine geile Story, die dann noch nach Israel ausgewandert ist und allen Enkeln die Eheringe geschenkt hat und so. Da habe ich gedacht, okay, das ist so viel mehr wert, so ein originelles Modell in der Familie zu haben, wie Leben auch sein kann oder so alternative Lebensstile einfach mal so live und in Farbe sehen zu bekommen. Das ist unfassbar viel wert und in meinen Augen eben sehr viel mehr wert als Wealth. Hundertprozentig. Und ich glaube auch, dass überhaupt so, also und das war ja, also jetzt im Nachhinein war das alles sehr lustig mit der, aber dabei war es natürlich auch saunervig, weil die immer irgendwelche anderen, und die hat die ganze Zeit gelogen, darfst du auch nicht vergessen, die hat immer, also es gab wirklich in meiner Familie den Begriff Großmama-Geschichte, wenn jemand gelogen hat. Also und die hat auch immer übertrieben und ähnliches tue ich ja auch heute. Also so meine Geschichten werden schon, je älter sie werden, desto mehr Details kommen, die werden sehr viel bunter. War das denn eigentlich die Mama von deinem Psychologen-Papa? Ja, genau, ganz große Frau auch, 1,72 Meter, geborene Kleist-Retzo, also so Bismarck-Familie, also auch eine absurde private Geschichte, ist in der Bonhoeffer-Biografie drin, weil sie Bonhoeffer ein Jahr lang versteckt hat. Also tatsächlich war aber gleichzeitig natürlich hoch Nazi-aktiv. Also völlig, ist dann schizophren schon der richtige Begriff? Wahrscheinlich nicht, aber zumindest, dass sie dann hinterher sich dem Judentum zugewandt und nach Israel ausgewandert ist, finde ich in dem Zusammenhang psychologisch natürlich mega interessant. Es ist nicht unbedingt schizophren, aber es ist doch vielleicht irgendwie eine innere Wiedergutmachung oder sowas. Mit Rabbi Gotthold, die hat einfach immer Männer um den Finger gewickelt gekriegt. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht und Rabbi Gotthold ist auch mit 74 zu Füßen gelegen und hat sehr viel möglich gemacht. Unter anderem auch wirklich eine Fake-Bamizwa für mich. Also die hat wirklich allen erzählt, dass ich jüdisch wäre und hat am 13. Geburtstag mich eingeladen nach Jerusalem. Meine Eltern, hoch links aktiv, haben Israel nicht akzeptiert als Land damals und sind nicht mitgegangen, haben meinen älteren Bruder mitgeschickt, der acht Jahre älter ist und ist mit mir dahin. Der war 19 oder was auch immer, 13 plus 8 ist, 21 eher und dem war alles egal, der hatte lange Haare und war Heavy-Mettler und die haben nicht so richtig gecheckt, was da passiert. Und irgendwann war klar, warte mal kurz, Paul ist nicht um die Religion. Die hat natürlich gesagt, ich möchte meinem Enkel die Religion, meine Religion näher bringen. Und als Alt-68er im Prinzip haben meine Eltern gesagt, ja gut, da wollen wir jetzt auch nicht. Der eigenen Beziehung wollen wir ja jetzt nicht im Weg stehen, deswegen lassen wir das zu. Und womit sie aber nicht gerechnet haben, ist, dass die einfach allen erzählt haben, ich wäre jüdisch. Und es gibt Videoaufnahmen von mir an der Klagemauer, wo meine Großmutter ganz selig rechts im weiblichen Bereich steht und sich anschaut, wie ich fake bete mit einer Thora-Rolle aus der Synagoge, links unten aus der Klagemauer vor 200 Leuten oder sowas. Und konntest du den Text? Nein, ich habe nur, Rabbi Gott hat halt gesagt, tu einfach so, murmel irgendwas und nicke. Nein. Aber fairerweise wurde da bei mir der Grundstein gelegt, sky is the limit. Also es ist relativ viel möglich, sagen wir es mal so. Das habe ich schon mit 13 erlebt und das wiederholt sich ja. Fake it until you make it. Wahnsinn. Deswegen, das war schon, also klar hat die mich unfassbar geprägt und auch meinen Bruder geprägt und so weiter. Mein Bruder, weil wir gerade über Schizophrenie geredet haben. Bist du der Meinung, dass, sagt man, psychologische Defekte? Ja, das ist der Fachbegriff dafür, oder? Wir sprechen von Störungen, was jetzt auch kein erheblich schöneres Wort ist. Okay. Eine psychologische Störung, ist die genetisch sichtbar? Wie meinst du, genetisch sichtbar? Also wenn ich jetzt einen Bluttest machen würde, könnte ich dann sagen, du hast Depression? Nein. Oder wie meinst du? Zumindest, weil ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, vertritt mein Bruder die These und hat auch gerade ein Paper veröffentlicht, dass er genau das Schizophrenietendenzgen entdeckt hat anscheinend. Das Schizophrenietendenzgen, okay. Wow. Ja, keine Ahnung. Und es gibt ja zwei Lager, oder? Also per se, jetzt wird es von mir Küchenpsychologie, gibt es nicht ein Lager, der Grundvoraussetzung, also du hast es in dir, ob du, und dann geht es nur darum, ob es ausbricht. Oder es gibt quasi das zweite Lager des Ablaufes, es kommt, je nachdem, was dir halt in den letzten 20 Jahren passiert ist, Traumata, verschiedene andere Sachen, die führen dazu. Ach so, ich glaube, das ist eigentlich relativ unstrittig, dass es eine genetische Prädisposition auf jeden Fall gibt, die man hat oder eben nicht hat. Das gilt für Neurodermitis, für Bluthochdruck, für Haarausfall, für nahezu alles. Das hast du entweder geerbt und das liegt dir in den Genen oder nicht. Aber zum Beispiel jetzt bei Neurodermitis, ob du dann wirklich regelmäßig neurodermitische schwere Schübe bekommst oder nicht, hängt eben auch von anderen Faktoren ab. Also deine Ernährung zum Beispiel oder deinem Stress oder sowas. Das heißt, es gibt so ein multifaktorielles Geschehen. Die Gene sind das eine, aber dann eben immer auch die Umwelt, in der du groß wirst, unter anderem auch Traumata, die du gehabt hast. Und das wird angenommen für psychische Erkrankungen eben auch. Also auch für Schizophrenie oder auch für Depressionen nimmt man an, dass es eben eine genetische Veranlagung quasi gibt plus eine Umwelt oder Ereignisse oder Stress im weitesten Sinne, der das dann auslösen kann. Dass es dann wirklich zum Erkrankungsgeschehen kommt. Das heißt, es muss nicht zum Tragen kommen, selbst wenn du die Veranlagung hast, aber es kann. Aber es wäre mir jetzt neu, dass es das eine Gen gibt. Deshalb war ich gerade so verwirrt. Es ist gefährliches Halbwissen von mir auf jeden Fall. Ich habe das Paper nicht, also er macht vor allem Statistik. Also er ist Professor, Doktor, Doktor und forscht eben. Ach, dann weißt du da bestimmt mehr. Und ich finde es immer ganz interessant und verfolgt das nur. Also ich versuche dann die Paper zu lesen. Er hat jetzt ein Paper wieder veröffentlicht. Das ist, glaube ich, das, was Mediziner teilweise tun in der Forschung. Ja, 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 genau. Ich bin auf dünnem Eis hier auf jeden Fall. Und natürlich ist es ja nicht so höh oder hot und jetzt ist es hier und ciao und jetzt weiß man es. Irgendwo die Wahrheit liegt ja zwischendrin. Ja, genau. Ich fand es ganz interessant. Du, wir haben die Möglichkeit, immer mal wieder Fragen zu stellen von unseren Zuhörern. Und die können wir hier so einspielen. Und ich dachte, das könnte, vielleicht können wir denen helfen in ihrer Entscheidung. Weil manchmal haben die, ich kenne die Fragen allerdings auch nicht. Also nur Simon kennt die Fragen. Der spielt die jetzt einmal kurz hier ab und dann können wir einmal drüber sprechen, was wir dem jungen Mann oder der jungen Frau, je nachdem, wer es ist, raten würden. Oder? Okay, cool. Ja, super. Hallo, hier ist Moritz und ich bin 20 Jahre alt. Und meine Frage wäre tatsächlich, bald steht für mich der erste große Umzug an. Ich beginne eine neue Ausbildung in der Stadt außerhalb meines Wohnorts. Und natürlich freue ich mich einerseits riesig darauf, andererseits bin ich aber auch ein bisschen demütig. Und natürlich auch ein paar Sachen, von denen man großen Respekt hat in der neuen Stadt. Ganz ohne Menschen, die man da dann kennt. Habt ihr vielleicht oder hast du vielleicht irgendwelche Tipps, um diese Angst einem ein bisschen zu nehmen? Oder diese Ungewissheit? Ich glaube, demütig ist da das falsche Wort. Sondern er ist eher, oder? Also er hat ja wahrscheinlich eher ein bisschen Angst davor. Schiss. Ja, ach Moritz, I feel you. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Möchtest du zuerst sagen, Paul, was möchtest du dem Moritz raten? Alles wird gut. Also man unterschätzt, glaube ich, wie, und da würde ich auch wieder meine Kinder zitieren. Unsere Kinder zitieren. Das ist wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das, was am besten aufgegangen ist in der gesamten Erziehung der letzten 15 Jahre, ist, dass wir bewusst uns ja entschieden haben, als sie zwölf und sechs waren, die zwei Mädchen, auch einen Bruch in deren normalen Ablauf zu haben. Und eben nicht in Hamburg nach Volksdorf zu ziehen und alles ist perfekt, sondern mal eine neue Sprache, einen neuen Freundeskreis. Und das auch noch zwölfjährig ist auch gar nicht so leicht. Und das ist aber der Grund, warum ich zumindest meine Kinder erheblich selbstständiger wahrnehme, weil sie das tiefe Vertrauen haben, dass sie das Zeug dazu haben, neue Freunde, eine neue Sprache und ein neues soziales Umfeld zu finden. Und da sind wir als Eltern tatsächlich relativ stolz drauf, weil genau das das Ziel war von diesem Umzug. Total gut. Und dementsprechend würde ich Moritz sagen, ey, mach dir überhaupt gar keine Sorgen. Das Fachliche, also ich bin immer fassungslos, wie ich gehe hier jeden Mittwoch, gibt es Runclub. Um 18 Uhr kommen hier jeden Mittwoch zwölf, mal zwölf, mal dreißig, mal auch nur fünf Leute zusammen, die alle sich krass überwinden mussten, aber die alle das gemeinsam hatten, dass sie da jetzt hingehen. Und die sind natürlich alle immer nervös am Anfang und sind auch so, was auch immer. Da sind Jobs entstanden daraus, da sind Freundschaften entstanden. Sport verbindet am aller, aller krassesten. Also wenn es irgendeine Laufgruppe, irgendeine Art von sportlicher Aktivität gibt, wo man dahin geht, irgendein Vereinswesen, was so sensationell ist, auch als 20er kannst du ja dritter Herren Tennis spielen oder was auch immer dein Sport ist, lieber Moritz. Das ist der Weg in neue Freundeskreise und ich finde es immer faszinierend, zumindest in meinen letzten 25 Jahren habe ich darüber immer, und also ich habe meine ganze Fotografie-Karriere auf der Tatsache, dass ich einen Fußballtreff sonntags organisiert habe. Den habe ich irgendwann selbst organisiert und dann hat da jemand mitgespielt, der dadurch das Vertrauen hatte, dass ich auch ein Fotoshooting leiten kann. Und dementsprechend also Sport, Sport, Sport und Sport und Sport ist meine Antwort. Und du? Ja. Oh, ich würde sagen, lieber Moritz, du stehst jetzt gerade zum ersten Mal in deinem Leben an dem Punkt, an dem du frei und selbst entscheiden kannst und das darf einem auch ein bisschen Angst machen und ein bisschen Nervosität ist auch völlig okay. Und da, wo das Leben bis dato immer so ein bisschen durchgetaktet war, Kindergarten, Grundschule, Schule, man macht halt, was man macht und man macht das, was alle aus dem Wohnort machen, da wird man ja nicht groß gefragt und selbst die Schwellen hast du ja schon gemeistert, Moritz. Und jetzt darfst du dich zum ersten Mal selbst entscheiden und nimm die Aufregung einfach ein bisschen mit. Das ist okay, aber lass dich davon nicht lähmen und auch nicht verunsichern oder denk schon gar nicht, dass die Verunsicherung ein Zeichen dafür ist, dass du jetzt was Falsches tust oder das besser nicht tun solltest, sondern ist so ein bisschen wie die Aufregung vor dem Sprung vom Drei-Meter-Brett. Wenn du das einmal gemacht hast, wird es easy, denn du wirst ganz, ganz schnell und das ist manchmal eine Sache von Stunden, dass du an der Uni Leute triffst, zum ersten Mal in der Vorlesung sitzt oder im Seminar und allen geht es gleich und alle haben das Bedürfnis, schnell in ein nettes Gesicht zu gucken und jemanden kennenzulernen und das wird auch dir gelingen, so wie nahezu allen anderen vorher auch. Und vielleicht noch ein kleines Add-on, noch ein Ripkey to Success, Komplimente. Also hat mir ja bei Franka auch jetzt gerade, also es funktioniert ja, wenn man erstmal Komplimente macht, das mache ich immer. Und da bin ich mir nicht zu schade, egal wem und das ist vielleicht auch das Amerikanische in mir, auch mal zu sagen, hey, mega Outfit, was du da anhast oder sau cool. Also das natürlich hilft es in der Kommunikation am Anfang die Nervosität zu überwinden, ganz stumpf Komplimente zu machen. Ja, absolut. Simon, hast du noch eine Frage für uns? Gibt es noch eine zweite? Ich glaube, ja. Hi Paul, der Florian aus Kassel hier. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre es? Da habe ich eine Ein-Wort-Antwort. Kaffee. Ich wäre nicht nur Kaffee, ich vermute, das kommt der Realität nahe. Ich laufe und High-Dosis-Koffein, das habe ich wiederum in meinen Genen als halbe Finnen. Die Finnen sind nämlich das Volk, das am meisten Kaffee trinkt auf der Welt. Das weiß keiner, ist aber wahr. Und Kaffee, Kaffee, Kaffee. Das weiß ich, weil ein sehr enger Freund von mir der Formel-1-Fahrer ist. Der Walter Lee. Ja. Genau, und der fährt auch sehr viel. Und was auch krass ist, und was ich ihm nicht glauben konnte, ist, dass die Finnen zum sechsten Mal in Folge zum glücklichsten Volk, zum glücklichsten Land. Richtig. Der World Happiness Report hat es enthüllt. Na klar. Ganz klar Nummer eins Finnland, und zwar sechs Jahre in Folge. Und ich sehe da Zusammenhänge. Kaffee, Kaffee, Kaffee und happy. Oh, das stimmt tatsächlich. Und du? Weiß ich nicht. Wie kommst du denn auf, also wie hast du das jetzt gelöst für dich? Du hast gesagt, was magst du am liebsten? Also mein Gehirn triggert, welche Eigenschaft von irgendwelchen… Also erst mal aussehen. Wie sehe ich aus? Da, keine Ahnung, Wombat wäre nicht hier, aber keine Ahnung, so ein Kaktus vielleicht? Oder, also so, ich habe ja viele Haare im Gesicht und bin jetzt auch nicht… Aber es ging ja jetzt schon um Lebensmittel. Ich glaube, Kaktus fällt da nicht drunter. Ach so. Oh Gott, ja stimmt, natürlich. Und dann aber, dann geht's ja, du bist ja dann sofort auf Eigenschaft und… Ich bin einfach auf, mein hauptsächlicher Konsum besteht in, Doppelpunkt, und dann habe ich das gewählt. Ich habe nicht so kompliziert gedacht wie du jetzt. Also wenn ich jetzt von Eigenschaften auf Lebensmittel schließen müsste, ey, dann wäre ich wahrscheinlich so ein Graubrot. Was bitte? Warum so ein Graubrot? Ja, weil ich glaube, vergleichsweise, ich bin ja so ein normales Mädchen vom Dorf. Ich sage immer, ich bin so eine Dorftrompete. So alles ganz normal, weißt du? Reihenendhaus. Ich habe so einen normalen Job und so. Also wäre ich entsprechend wahrscheinlich auch so ein ganz normales Lebensmittel. Halt so ein Graubrot. Okay, aber dann kannst du mir vielleicht… Also nichts Prätentiöses jetzt, so. Okay, okay, das akzeptiere ich. Aber dann musst du mir helfen in der Aussage. Also ich würde sagen, mir wird, also meine Haupteigenschaft ist, dass mir sehr schnell langweilig wird. Also dass ich viel Abwechslung brauche. Ja, du bist was Fancy-mäßiges. Genau, du bist auf jeden Fall… Und das Lebensmittel braucht dann auch viele Abwechslungen. Ein Cocktail. Ein Schichtsalat. Ein Schichtsalat? Wirklich gar nicht so einfach. Nee, ist echt schwer. Vielleicht aber auch eins, was in verschiedene… Also das kann man ganz unterschiedlich verarbeiten. Der Reis zum Beispiel. Also man kann den ganz fancy zu Sushi machen. Man kann einen schönen Bowl, dass ich quasi Variation aus den Voraussetzungen, die ich so mitbringe, die ich gerne unterschiedlich… Und ich wechsle schon sehr oft auch mein Äußeres. Also so mal ganz dick, dann so dünn, wie es irgendwie geht, dann mal so braun, wie es irgendwie geht, dann irgendwie… Also so sind immer die Extreme. Ja, guck mal, aber du bist auch echt extrem adaptiv, ne? Du stürzt dich immer in so neue Themen und neue Abenteuer und es geht immer richtig geil. Und das passt für Reis schon. Also Reis geht auch süß und herzhaft und klebrig. Milchreis. Geht sogar in Suppe. Okay, ich bin Reis. Wahrscheinlich bist du Reis. Wir haben es. So, jetzt gab es noch einen zweiten Teil der Frage, den hören wir uns jetzt auch nochmal einmal kurz an. Und jetzt ein bisschen die Frage. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Ladies first, Franka. Ja, komm. Was würdest du verändern, wenn du eine Sache verändern könntest? Ja, das ist jetzt natürlich total so eine Weltfrieden für alle, kein Hunger mehr Frage. Und sofort alle CO2-neutral schalten. Aber was darf man denn da jetzt korrekterweise sagen? Waffen abschaffen. Ja, sowas, ne? Wenn es eine Eigenschaft wäre an Menschen, also wenn du quasi eine Gabe, eine psychologische Eigenschaft, wie zum Beispiel Demut oder Dankbarkeit oder welche würdest du, wenn du so plus zehn jedem geben könntest? Da hätte ich nämlich eine Antwort. Soll ich erst mal antworten? Ah, echt? Ja, dann bitte fang du an. Ja, das finde ich aber eine sehr schöne Herangehensweise. Ja. Hundertprozentig Mut. Also wenn jeder plus zehn Mut wäre, das würde, glaube ich, der Menschheit gut tun, weil ich oft sehe, dass Leute nicht mutig genug sind, weil sie zu viel Angst vor negativer Antwort und zu viel. Also auch ich habe heute noch Angst, wenn ich was Neues starte, wird es funktionieren, wird es gut sein, aber habe halt irgendwann, weiß nicht, beim Klavierspielen als Zehnjähriger gemerkt, okay, wenn ich aber das geschafft habe, dann ist es irgendwie auch ganz cool. Und daraus habe ich mehr und Mut baut sich auch so auf. Also man wird ja schon mutiger. Indem man Mutiges tut. Und ich glaube, mehr Mut wäre was, was ich zumindest glaube, der Menschheit gut tun würde. Mega. Also meine Antwort wäre fast die gleiche. Meine Antwort wäre Sisu. Das ist das finnische Wort. Oh ja. Oh, kenn ich. Kennst du das Konzept? Tatsächlich, das kennt fast niemand. Ja, das besagt ja auch Mut, aber auch so eine Art der Welt zu begegnen, ja, so selbstbewusst und in sich ruhend und gelassen. Gleichzeitig hat das auch was von Durchsetzungsfähigkeit und sich nicht so schnell verunsichern lassen, auch nicht so schnell einen Rückzieher machen. Also Sisu wäre, ja, das wäre super, wenn die Welt ein bisschen mehr Sisu hätte. Deswegen sind die Finnen auch so froh, weil sie halt ein bisschen gelassener und auch, also ich habe es auch immer langfristiger interpretiert. Also vor allem aus der Formel 1 halt raus, weil da haben wir immer genau darüber kleine Videos gemacht, um das zu erklären. Ach krass. Ja, wirklich. Und da hieß es halt immer, dass das Ziel am Ende die Weltmeisterschaft oder der, also eben nicht sich durch kleine Hürden aus dem, also auch was Zielstrebiges. Also dass man eben nicht sich verunsichern lässt durch kleine, ja, Hürden und die sind meist ja doch keine Hindernisse. Und dass man versucht so schnell und das aber nicht besonders aufgeregt. Also dass man den Mut in der Ruhe liegt, die Kraft. Genau, also die Finnen sind ja eh häufig. So, genau, genau. Das fände ich richtig gut. Und Sisu bedeutet auch, dass man manchmal so ein bisschen in den Nebel hinein tappt und auch weitergeht, selbst wenn man das Ziel noch nicht sieht. Und ja, das fände ich auch, ja, eine sehr gute Eigenschaft um sie. Wunderbar. Du, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich würde am liebsten, eigentlich hast du einen Fall. Hast du einen deiner berühmten Frau oder Herr, L oder M oder P oder XY und darf ich da mal die Position von deinem Mann einnehmen und gemeinsam quasi Hobby-Psychologie-mäßig das durchexerzieren? Gibt's einen? Oh Gott, jetzt muss ich natürlich gut aufpassen, dass ich das so abstrahiere, dass das jetzt nicht blöd kommt. Und, ähm, tja, wozu, ach, pass auf, wenn, ja, wenn, wenn ich darf, weil du das gerade, du hast das nur so beiläufig gesagt, aber du hast gerade so gesagt, so mit zunehmen und abnehmen und so. Ja, also ich hätte einen jungen Mann, Herr P, der nach einer überraschenden und schockhaften Trennung von seiner Partnerin Essanfälle entwickelt hat. Und das ist ein ganz schwieriges Problem, eine Mischung aus suchtartigem Essen zur Belohnung, als Trost, aus Langeweile und natürlich dann die Selbstwertspirale abwärts. Und ja, what would Paul do? Also er landet bei dir in der Praxis, in der Behandlung? Ja. Mit einem psychosomatischen Ergebnis auch Übergewicht oder? Sehr adipös, depressiv, ganz gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein und eben dieses Essverhalten. Ja, dann sag du mal. Okay, jetzt müssen wir natürlich den Fall einmal durchexerzieren. Wie lange war der denn mit seiner letzten Partnerin zusammen? Das war seine Jugendfreundin und Hochzeit war geplant, ist dann aber abgesagt worden. Und ist von ihr, also sie hat sich getrennt von ihm. Ja, genau. Und gibt es da einen neuen Partner, also ist sie fremdgegangen und hat sich neu verliebt und hat sich anders verliebt oder war sie nur unzufrieden in Anführungszeichen mit ihm? Sehr schwer zu sagen. Er glaubt natürlich, sie sei vor allen Dingen mit ihm sehr unzufrieden gewesen. Also es hat bei ihm schon zu einem starken Selbsthass und Verunsicherung geführt und nicht liebenswert zu sein. Okay. Und wie lange waren die zusammen? Seit der Schulzeit, also locker 15 Jahre. 15 Jahre? Ja, ja, lang, 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 lang. Okay, und die Fressanfälle haben wirklich erst angefangen, als die Trennung da war. Bis dahin war der körperlich gesund, sportlich, man würde sagen schlank? Ja, also normal gewichtig, wobei er immer schon so ein bisschen so einen Hang hatte. Also es ist schon so, dass er manchmal auch irgendwas aufgegessen hat und dann hat sie sich gewundert, so hatten wir nicht noch mehr Eis oder so. Also sagen wir mal so ein bisschen dysfunktional gegessen hat er wahrscheinlich schon immer. Und weißt du, ob er das sozial getan hat? Also hat er das, oder hat er das im Geheimen immer getan? Also der Anfang, wie auch dann jetzt? Im Geheimen. Wenn das anfängt? Im Geheimen. Okay, und hast du das Gefühl, dass er dir das, bist du einer der Ersten, die das überhaupt mitgeteilt kriegen? Auf jeden Fall. Ja, okay. Und ist es offensichtlich? Also ist es völlig klar, also ist er stark übergewichtig zum Beispiel? Also ist völlig klar, was mit seiner Ernährung visuell, wenn er Menschen kennenlernt? Genau, doch, doch, würde ich schon sagen. Ja, also, dass er Übergewicht hat jetzt nach normalen, ja, also wenn man jetzt so BMI-Tabellen oder sowas anlegen würde, doch. Aber vor allen Dingen im Vergleich zu ihm, früher ist es so auffällig, weil er früher eben deutlich schlanker war. Also man sieht ihm an, irgendwas ist passiert. Okay, aus was für familiären Verhältnissen kommt er mit seinen, also was seine Eltern angeht? Weißt du da was? Sind die Eltern zusammen? Sind die geschieden? Leben die noch? Seine eigenen Eltern? Gut bürgerliches Elternhaus. Die Eltern sind zusammen. Allerdings jetzt, da besteht jetzt nicht so ein ganz warmes Verhältnis. Das war tatsächlich eher die Familie seiner Ex-Freundin, wo er sehr angedockt hatte und sich auch sehr familiär angenommen fühlte. Du machst das übrigens sehr gut, ne? Also deine Anamnese läuft, läuft. Ich habe lange genug zugehört und es macht einen Riesenspaß. Ich bin so froh, ich bin so froh gerade. Hat er denn, also hat er denn noch Kontakt zu den ehemaligen Schwiegereltern oder ist der Kontakt auch abgebrochen? Über die Trennung und jetzt im Grunde so gar nichts mehr damit zu tun haben will. Er möchte auch nicht erinnert werden. Er wohnt jetzt auch woanders. Er fährt noch nicht mal mehr in den Ort. Das ist ein riesiges schmerzhaftes Thema für ihn. Ja, da muss er natürlich ran. Also, wobei ich, also da kann ich dir, da wer du als meine Therapeutin ist, also zum Beispiel war ich bis heute einmal am Grab von meinem Vater oder so. Ah, krass. Oder Geburt des ersten Kindes und will da auch nicht hin. Und das ist auch fein für mich. Also würde ich jetzt so sagen. Ja. Kann ja auch sein, dass du dazu sagst, nee, das ist nicht fein. Da solltest du einmal im Jahr hingehen. Und also nicht, dass du trotz… Keine Regeln auf. Das ist wirklich super individuell, wie Leute das so handhaben. Das kommt halt echt auf die Motive an. Aber du sagst, wenn du ein schmerzhaftes Thema mit etwas hast, musst du ran. Habe ich dich richtig verstanden? Also du sagst, wenn er etwas vermeidet, muss er darauf zu. Genau, hundertprozentig. Da muss er den Mut finden. Also meine Meinung ist, dass er A, jemanden… Er muss reden. Also nichts ist schlimmer, als nicht darüber zu reden. Und das ist ja erstmal der erste richtige, gute, wunderbare Anfang, mit dir darüber zu reden, weil anscheinend ist sein Umfeld nicht dafür gemacht, ob das Freundeskreis oder seine eigene Familie oder seine Kollegen auch ist, die nicht da sind. Das finde ich schon echt krass, wenn ich so manchmal erfahre, selbst im direkten Umfeld in meinen Firmen, wie wenig Kollegen zum Beispiel kommunizieren, mit denen man ja sehr, sehr viel Zeit verbringt. Also jemand, der dem Schreibtisch gegenüber, mit dem sollte man schon auch… Also wenn man im Büro gegenüber sitzt, dann sollte man wissen, in was für einer partnerschaftlichen Beziehung die zum Beispiel sind. Corona hat echt auch nicht geholfen. Das kam ja noch dazu. Das war ja für viele so eine richtige Einsamkeitshölle, muss man sagen, dass du noch nicht mal den Kollegen am Schreibtisch gegenüber hattest. Also das kam noch dazu. Volle Kanne. Und ich glaube aber fest daran, und das kann ich ganz egozentrisch über mich dir erzählen, dass ich, ich habe drei, vier Leute, die rufe ich täglich an und rede eine halbe Stunde mit denen. Ehrlich, ja. Ja, volle Kanne. Und da verarbeite ich natürlich auch meine Konflikte. Und das ist übrigens nicht meine Frau. Also so, ich bin kein großer Fan von Konflikte im internsten, also nicht jetzt pauschal, würde ich nicht absagen, aber zum Beispiel betriebswirtschaftliche Konflikte bespreche ich eigentlich selten mit meiner Frau. Weil sie mir meist den Ratschlag, sie liebt mich ja, hoffentlich, und gibt mir den Ratschlag aus meiner. Es kann nur eine Bestätigung werden am Ende. Und das ist meist falsch in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld, zumindest bei mir. Also suchst du einen Diskurs? Genau. Ich suche jemanden, der mir das sagt, was ich nicht hören will, um am Ende, und das ist natürlich auch die Mediationsausbildung, mehr Akzeptanz zu schaffen auf der anderen Seite, was deren Prämissen sind. Und das hat mich schon, muss ich auch sagen, sehr, sehr weit gebracht, nicht Recht haben zu wollen, sondern zu verstehen, was die andere Seite will. Und bis heute hat es, also zum Beispiel ist einer der erfolgreichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, Toto Wolf, redet immer über die Kundentheorie, dass es darum geht, wer ist mein Kunde? Also so ganz stumpf, wer, wen will ich in einem betriebswirtschaftlichen Vorgang glücklich stellen und dann über dessen Prämissen nachzudenken und nicht über die eigene Leistung. Also es geht nicht darum, ob man selbst zufrieden ist mit der Leistung, sondern es geht darum, dass der Kunde glücklich nach Hause geht. Und das ist meist was anderes als das, was man selbst, erst recht in gestaltenden Berufen, also erst recht in Fotovideo. Also du und ich sind schon nicht einer Meinung, was ein gutes Foto ist. Wie sollen denn acht Beteiligte, also das wird schon schwierig genug. Also zum Beispiel in meiner Arbeit habe ich da gelernt, über die letzten zehn Jahre erheblich direkteren Kontakt zu den Entscheidern zu suchen. Also wer auch immer sagt, ich will ein Foto, mit dem muss ich reden und nicht drei Agenturen und vier, genau. Und das ist ein emotionaler Moment, den muss ich tatsächlich physisch einmal treffen davor, sonst kann ich gar nicht wissen, was der machen will. Und das kann ja, es kann ein Formel-1-Fahrer sein, für den ich Content erstelle, es kann aber ja auch ein Geschäftsführer von einem Unternehmen sein. Und ich muss tatsächlich irgendwie erspüren, wie der so tickt. Und das kann man halt nicht durch acht Agenturen und zwölf Kundenbetreuer und Berater und was auch immer. Und deswegen nehme ich mir raus, sehr direkt und schnell zu arbeiten, weil ich genau da auch sehr, sehr schlechte Arbeit abliefere. Und dementsprechend ist das, glaube ich, mit Sicherheit was für mich sehr, sehr gut funktioniert, dass ich nicht betriebswirtschaftliche Konflikte mit meiner Frau, sondern mit drei, vier anderen Leuten und die mir wirklich auch fast immer was anderes geraten haben, als ich hören will, muss ich auch ehrlich zugeben. Und das aber natürlich immer was mit mir gemacht hat, weil die andere Seite immer eine unpopulärere Meinung vielleicht erst mal ist, aber ein Verständnis für die. Und bis heute, ich habe jetzt zehn Jahre keinen Rechtsstreit mehr gehabt, also ich habe auch keinen Rechtsanwalt mehr bemühen müssen, weil ich der Meinung bin, dass wenn man Leute anruft, man relativ schnell eine Lösung bekommt, wenn man auf der anderen Seite zuhört. Das ist total gut, was du sagst, also weil mein Herr P. macht ja quasi das Gegenteil. Also er fühlt sich verletzt und er geht tausend Prozent in die Vermeidung und er sucht gar kein Gespräch mehr und er sucht auch keinen Kontakt mehr und er fühlt sich abgeschnitten. Und du würdest ja sagen, ey, geh drauf zu und such dir Leute, mit denen du drüber sprechen kannst. Ich meine, er spricht jetzt mit mir. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ja, absolut. Aber was du so machst, ist ja auch dir den Diskurs und die Gegenmeinung nicht nur einzuladen, sondern da auch wirklich drauf rumzudenken. Und das ist natürlich echt schon, ja, sehr fortgeschrittenes Niveau, wenn man das kann, ne? Weil die meisten Leute haben ja impulshaft, wenn die eine Gegenmeinung hören, machen die die Schotten dicht und das wollen sie nicht. Also das ist schon echt eine Qualität, glaube ich. Und würdest du, weil also, was ich nicht machen wollen würde, wäre mit der Ex-Freundin das zu konfrontieren, weil da gibt es nichts zu gewinnen. Der Konflikt ist durch und da gibt es auch nichts gerade zu rücken und da gibt es auch keine klärenden Gespräche mehr, sondern das ist ja, das betrifft ja wirklich nur ihn und seinen Umgang mit diesem, ist es dann ein Trauma oder mit der Verletzung oder ist es die Definition eines Traumas? Die Definition von einem Trauma ist eigentlich streng genommen, dass eine lebensbedrohliche oder potenziell lebensbedrohliche Situation entweder selbst erlebt oder bezeugt wurde, also dass man direkt daneben stand, während jemand lebensbedrohlich in seiner körperlichen Gesundheit und Integrität bedroht war. Also das bezeichnet ein psychologisches Trauma eigentlich. Aber es gibt auch Mikrotraumata, lass uns nicht drauf rumreiten. Er ist sehr, sehr verletzt auf jeden Fall. Genau und du gehst aber jetzt in die Behandlung mit ihm, das ist ja ein erster Ansatz und wirst, wie sieht die aus? Du führst mit ihm Gespräche einfach nur darüber, du hörst zu wahrscheinlich viel, oder? Ich habe jetzt am Anfang natürlich erstmal zugehört und auch so ähnliche Fragen gestellt wie du und versuche jetzt gerade einen Plan zu machen und der Fokus liegt aber auch viel auf dem Essen und auf dem Essverhalten. Hast du dazu auch noch einen Tipp? Denn er ist aus Trost, aus Langeweile, aus Alleinsein. Wir reden heute so viel über Lebensmittel, ne? Wir als Lebensmittel. Er muss Reis werden. Er muss Reis werden. Er muss Reis werden. Nein, aber die, ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn du da in so einem Kreisel bist, wo du immer wieder, also wo du ja auch alleine bist. Also mir, also da ist die Grenze meiner Ratgeberfähigkeit absolut erreicht. Ich könnte nur erzählen, dass ich, für mich, es besser funktioniert, wenn ich einen gewissen externen Druck verspüre tatsächlich. Also wenn ich, und ob das nur drei Freunde sind, ich denen sage, ich werde jetzt eine Woche kein Fleisch essen oder was auch immer. Wenn ich weiß, wenn ich jetzt kurz davor bin Fleisch zu essen. Also inzwischen benutze ich das als psychologisches Mittel, mir gewisse Aufgaben aufzuerlegen, von denen ich weiß, dass ich auch, wenn ich dann kurz vorm Kippen bin, und das ist schon was, also ich bin ein sehr suchtgeprägter Mensch. Also so, du kriegst mich innerhalb von fünf Minuten dazu, mit dir einen Drink zu nehmen oder ein Bier zu trinken. Obwohl ich fest der Meinung bin, weil ich immer das Soziale und immer fasziniert auch bin und Menschen total mag und das total toll finde, sich zu verbrüdern. Und das habe ich sehr gemeinsam mit Materia, einem meiner besten Freunde, der eben auch irgendwo reingeworfen wird und mit acht Freunden da rausgeht. Und das macht mir Spaß. Da fühle ich mich am lebendigsten, wenn ich sowas mache. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr suchtgefährdet, einfach per se, ob das Fettsucht oder was auch immer ist. Dementsprechend brauche ich externe Faktoren, die mich in den Momenten dann daran erinnern. Nein, das lohnt sich. Du machst eine Challenge draus und du suchst hier quasi auch Zeugen, die die Challenge bezeugen, um dich so ein bisschen extern da bei der Stange zu halten, damit du auch dran bleibst. Korrekt. Und dann ist es schon so, dass ich mich, während ich das dann durchziehe, mir völlig klar ist, und das visualisiere ich schon sehr oft, was der Erfolgsmoment dann ist. Also so dieses … Das ist auch super, ja. Und ob das die acht Kommentare sind oder die … Also natürlich, ich habe 20 Kilo abgenommen jetzt in diesem Jahr seit dem 01.01. oder was auch immer. Und wenn ich jetzt in Hamburg unterwegs bin eine Woche, dann eröffnet jeder das Gespräch mit, krass, du hast ja abgenommen. Ja. Und das sich zu visualisieren und das einem klar zu machen, ist ja erstmal egozentrisch und selbstverliebt und asozial eigentlich. Hilft mir aber dabei durchzuhalten, wenn ich irgendwas machen muss, dass es ein Ziel gibt, dass es tatsächlich saukool ist. Und da ist das größte Lob, muss ich auch sagen, ist meine Frau tatsächlich, die immer mal wieder sagt, das ist echt krass, wie du Sachen durchziehst. Aus vollem Herzen und so weiter. Und das hilft mir am allermeisten, wenn es oft, weil die kriegt natürlich mit, wenn es kurz vor, ach komm, scheiß drauf, dann weiß die das schon ganz gut einzusetzen und stichelt mich dann nochmal final an. Und diese Erfüllung, die man natürlich hat, dass man wirklich Leute beeindruckt mit Durchziehen von Sachen und ob das Sport ist oder ob das Ernährung ist oder ob das was auch immer ist und Veränderung auch. Weil also, das meinte ich ja schon auch mit dem Mut, dass glaube ich wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute nicht wissen, wozu sie fähig sind und wie sehr sie sich verändern könnten. Aber ganz ehrlich, was du gerade gesagt hast mit dem inneren Film, den du laufen hast, du hast das jetzt gerade so abgewehrt und gesagt hast, so egozentrisch und selbstverliebt und so. Gar nicht, möchte ich total widersprechen. Ich finde das ein absolut gutes und wirksames Mittel, wenn Menschen das schaffen, sich ihre Zielzustände möglichst klar wie ein inneres Video, wie ein Film vorzustellen. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass das unfassbar hilfreich ist, den inneren Kompass auf etwas auszurichten, wo man hin will. Und das entfaltet dann nämlich auch so einen gewissen Sog. Also du machst dir selber Druck, indem du dir Zeugen suchst und eine Challenge draus machst und einen gewissen Gruppendruck aufbaust von außen. Aber ich glaube, der Film, den du dir machst von deinem Erfolg, das ist der Sog, der dich von innen auch noch zieht. Und dann hast du Push und Pull und das finde ich super wirksam. Macht Sinn. Vielen Dank. Ich habe mal eine letzte Frage. Coole Supervision. Danke, Paul. Supervision, sage ich. Meine Mutter macht die ganze Zeit Supervision und mein Vater hat auch immer. Ein altes Wort, das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Supervision. Das ist aber etwas, was fairerweise ja fast nur, ich weiß gar nicht, also correct me if I'm wrong, aber es gibt jetzt keine Supervision in Sachen Fotografie oder Videoerstellung oder Regie oder Marketing oder was auch immer. In der Psychologie ist es ja absolut verankert. Total, genau. Wir besprechen Fälle untereinander oder wir gehen zu einem anderen Therapeuten und lassen uns von dem halt supervidieren. Also das heißt, von oben mal drauf schauen. Das ist bei uns tatsächlich gang und gäbe und auch verpflichtend. Also, aber ich wüsste nicht, bei euch heißt das wahrscheinlich Coaching oder? Ja, findet aber zu wenig statt natürlich und es wird ersetzt durch Podcast hören und uns selbst irgendwie kümmern müssen. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich mit dir besprechen wollen würde, die mich, ein sehr, sehr guter Freund von mir, den du vielleicht auch kennst, Finn Kliemann, hat einen erheblichen Shitstorm hinter sich jetzt. Ja, mein Herz ist gebrochen, ehrlich. War es wie, wenn der jetzt bei dir angerufen hätte und gesagt hätte, boah, was mache ich jetzt? Was wäre aus deiner behandelnden Sicht ein verhaltensoptimaler Umgang ab der Sekunde, in der einem klar wird, ab jetzt geht es rund, ab jetzt wird auf mich drauf geschossen, ab jetzt bin ich im Kreuzfeuer? Ja, also super schwere Frage und jetzt auch gerade in diesem speziellen Fall. Ich muss sagen, dass ich selbst Schutz legitim finde. Ich glaube, dass das häufig unterschätzt wird, was auch Leute mit einem bestimmten Bekanntheitsgrad teilweise aushalten müssen. Das ist manchmal too much und ich finde das total legitim zu sagen, ich tauche erst mal unter, ich sortiere mich, ich schütze mich und dann muss ich überlegen, was ich als nächstes mache. Und dann würde ich im nächsten Schritt aber, ohne da jetzt irgendwie, also ich bin überhaupt nicht näher im Detail informiert, was jetzt genau war und was genau nicht war und was wahr ist und was nicht wahr ist, aber tatsächlich möglichst transparent sein. Und dann, wenn Fehler passiert sind, die auch, auch wenn es hart ist, einmal richtig einräumen. So wie wenn man einen Pflaster einmal hart abreißt. Das wird immer scheiße, wenn man das nur so Bröckchen für Bröckchen so langsam abfitzelt, weißt du, und immer nur einräumt, was jetzt eh schon allen klar ist. Ohne jetzt genau zu sagen, wie das bei Finn Kliemann war. Wie gesagt, das weiß ich überhaupt gar nicht. Aber da wäre ich dann für Transparenz. Und dann zurückziehen, Wunden lecken, weil das richtig, richtig hart ist, glaube ich, was er gerade auszuhalten hat. Mir tut das sehr leid. Ja, mir auch. Also ich finde auch diesen Empörungsshitstorm teilweise unangemessen. Also klar, wenn Menschen sich verarscht oder betrogen fühlen, dann ist das auch nicht schön. Dann verstehe ich die Verärgerung total. Aber ich bin gleichzeitig auch, sagen wir mal, fehlerfreundlich. Also wenn wirklich Fehler passiert sind, dann kann ich damit auch leben. Also damit kann ich auch erwachsen umgehen und muss keinen Menschen dafür zerstören. Die Frage zielt sich ausschließlich um den menschlichen Umgang. Also die Sache können wir beide null beurteilen. Gar nicht beurteilen, ja. Und wollen wir vielleicht auch nicht beurteilen. Aber einfach der menschliche Umgang. Also wie geht, wie ist ein sinnvoller Umgang, dass man daran nicht zugrunde geht? Also natürlich, das ist ein Freund von mir. Natürlich mache ich mir Sorgen, wie es dem geht. Und bin an der Grenze, wie man, ich kann da nichts leisten. Ich versuche immer krampfhaft sofort irgendwas Positives zu sehen. Und irgendwas Positives ist ja auch eine Berichtigung, die vielleicht da passieren. Also so, wie kann man daraus jetzt irgendwas lernen und wie kann man daraus auch als Person eben unbeschädigt, also so, dass man nicht wirklich erhebliche Einschnitte, zum Beispiel könnte man ja auch sagen, so Handy aus als allererstes. Ja, das meine ich mit Selbstschutz. Und erst mal gar nicht versuchen, damit umzugehen, sondern weil ab einer gewissen Menge macht es ja auch keinen Sinn mehr, sich Kommentare und Beleidigungen durchzulesen. Ja, Menschen sind, ja, also ich glaube, Menschen sind das, also das Stichwort an der Stelle, was mir immer einfällt, ist Ambiguitätstoleranz. Und das bedeutet in sich auch mal einen Zwiespalt aushalten zu müssen und auch mal aushalten zu müssen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und Gut und Böse. Und Leute sind entweder der totale Superheld oder der Vollarsch, sondern dass das alles ein bisschen differenzierter ist. Und zu dieser Ambiguitätstoleranz sind viele Menschen überhaupt gar nicht in der Lage. Und dann stürzt du ab und wirst vom Idol zum bestgehassten Menschen innerhalb von Minuten. Aber eben die Zeit, darüber mal ein bisschen genauer nachzudenken oder gleichzeitig alles, was derjenige vielleicht auch gut gemacht hat, trotzdem weiterhin wertschätzen zu können. Und zu sagen, ja, okay, das und das war ein Fehler und super uncool, gar nicht gut, davon bin ich enttäuscht. Gleichzeitig kann ich aber weiterhin anerkennen, dass das und das und das richtig super war. Und dieses innere Spannungsfeld, dazu sind Menschen wenig bereit und erst recht nicht im Internet und erst recht nicht, wenn sie das in 140 Twitter-Zeichen packen müssen. Da wird dann einfach nur noch ausgekübelt und dann wird es wirklich sehr schnell sehr böse. Und das ist aber eher so ein allgemeines Zeitphänomen, glaube ich, dass Menschen nicht so Lust haben, komplexer zu denken. Es ist so wie in Filmen, in Hollywood-Filmen, da gibt es Gut, Böse, Peng, Ende. Aber so ist das Leben halt nicht. Und wie verhalte ich mich als Freund? Als Freund würde ich immer Gesprächsbereitschaft signalisieren, aber auch akzeptieren, wenn im Moment kein Gespräch gewünscht ist. Aber das gilt ja auch eh immer in Freundschaften. Also nett mal schreiben und anbieten, so hey, ich bin auf jeden Fall da, melde dich jederzeit. Ja, das würde ich, denke ich, machen. Okay, vielen Dank. Vielen Dank auch für die, darf ich das jetzt wirklich Supervision nennen? Naja, klar. Können wir die Folge Supervision mit Franka? Supervision, ja, also gerne. Ich fand es richtig cool. Guck mal, wir haben Fälle besprochen, so richtig. Und ich habe auch wirklich ohne Witz gute Ideen mitgenommen. Danke dir. Also wenn dein Mann mal nicht kann, du hast ja mein Handy, also ruf jederzeit an. Also der Hobbypsychologe von um die Ecke, mach gerne auch ein paar andere Fälle, wo ich mit der Küchenpsychologie irgendwas zu sagen soll. Und den Fall werde ich vielleicht in meinem Podcast nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Da wird es dann um die Binge-Eating-Störung gehen und da werde ich das dann nochmal ein bisschen exakter aufdröseln. Genau, Psychologie to go heißt der Podcast und ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ich freue mich jetzt schon auf die neuen Folgen. Und habe schon alles durchgebinged, was bisher da war. Mach genau weiter so. Vielen, vielen Dank, dass du hier drangegangen bist. Ich habe viel gelernt heute und ich habe mir vorgenommen, offen zu sein. Und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Also ich habe versucht, zumindest transparent, dir ehrlich zu antworten. Und das ist das Einzige, was ich mir heute vorgenommen habe. Ich danke dir von Herzen für die Einladung, Paul. Danke für deinen Anruf. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, jederzeit wieder. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hannah, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor. Und hat zwei, drei Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hannah und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt es bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist. Jede Woche, dienstags, neu in deinem Podcast-Player.